Was ist das Thema des Webinars? Die ich Ihnen in diesem Zusammenhang gerne mitgeben möchte. Also E-Mail-Ereignisse und Dokumente bearbeiten, das heutige Thema. Und hier sind wir auch direkt im Webshop von Strato jetzt in der Administration gelandet. Kennen Sie alle, Sie benutzen alle den Strato Webshop und wissen, wie das aussieht. Und kleiner Hinweis, für mehr Webinare können Sie auch immer hier mal an diese Position gucken. In der Regel finden Sie hier immer die nächsten Termine und auch die Links zur Anmeldung. Genau, was wollen wir heute machen? Wir wollen uns Dokumente, Bestelldokumente anschauen und E-Mail-Ereignisse. Wo finden wir das Ganze? Das finden wir hier unter dem Menüpunkt Einstellungen und dann gibt es hier zum einen den Menüpunkt E-Mail-Ereignisse und zum anderen Bestelldokumente. Ich fange mal mit den Bestelldokumenten an. Wenn wir jetzt hier also draufklicken, dann öffnet sich dieser Bereich, der unterteilt ist in Rechnung, Lieferschein und Rechnungskorrektur. Das Ganze ist relativ ähnlich, sieht relativ ähnlich aus und wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir bestimmte Bereiche. Hier sind so grau hinterlegt und dann gibt es aber auch hier Felder, wo wir etwas ausfüllen können. Was bedeutet das also für uns? Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche, nämlich die, die grau hinterlegt sind, hier fix vorgegeben sind von der Software. Die müssen Sie nicht bearbeiten, die müssen Sie nicht manuell ausfüllen, sondern das hier sind immer die Informationen, die Sie angegeben haben, hier unter dem Reiter Allgemein. Sie sehen, das hier ist der M-Shop, andere ePages ist hier der Name, Musterstraße 1, Hamburg, Events at ePages.com, E-Mail-Adresse und dann webinar.shop.strato.de ist die Shop-Adresse und das Ganze haben wir hier auch hinterlegt. Beziehungsweise die Shop-Adresse wird natürlich automatisch ausgelesen. Und da kommen wir gleich zu einer relativ häufigen Frage, die ich manchmal höre und zwar, dass manchmal jemand sagt, ja, meine Firma heißt zum Beispiel M-Shop GmbH und mein Shop-Name ist aber auch M-Shop. Und wenn ich das hier so eingebe und wir gehen jetzt mal wieder zurück auf die Bestell-Dokumente, dann sehen wir, das Ganze sieht ein bisschen doppelt gemoppelt aus. Ja, dann haben wir hier M-Shop stehen und dann M-Shop GmbH. Also wichtig zu wissen ist, dass die Absender-Adresse aus ihrem Firmennamen besteht und aus ihrem Shop-Namen. Bei den Einstellungen hier, bei den allgemeinen Einstellungen, Firmenname ist kein Pflichtfeld. Wenn Ihre Firma und Ihr Shop also identisch heißen, dann, und weil das hier eben nun mal ein Pflichtfeld ist, der Shop-Name, dann würde ich es nur hier eingeben und mir hier das Ganze sparen. Ja, dann würde ich hier nichts ausfüllen, dann haben Sie es nämlich nur einmal stehen. Das ist also schon mal der erste Tipp dazu, wie man hier vielleicht dieses allgemeine Datenfeld ausfällt. Wenn Ihr Firmenname natürlich komplett anders ist als der Name von Ihrem Shop, Ihr Firmenname ist, keine Ahnung, Hugo Meier GmbH und Ihr Shop-Name ist Wolle für jedermann, dann macht das ja auch Sinn, dass wir hier zwei unterschiedliche Möglichkeiten haben, das einzutragen. Und beides gehört dann natürlich auch in die Bestell-Dokumente rein. Ja, wir haben also keine Option hier zum Beispiel sagen, wir wollen den Shop-Namen nicht zeigen. Der Shop-Name wird also immer gezeigt. Der Firmenname ist aber optional. Ja, soviel dazu. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Wir haben hier die Möglichkeit, unser Logo anzeigen zu lassen. Da können wir hier Ja oder Nein sagen und wir können auch ein separates Bild hochladen, falls wir hier ein anderes Logo hochladen wollen, als das, was wir im Shop verwenden. Für die Verwendung eines Logos im Shop, da empfehle ich halt häufig ein bisschen simplifizierte Logos, weil wir wollen ja auch, dass das auf dem Handy gut aussieht. Wir wollen auch, dass es relativ klein ist und unaufdringlich, trotzdem aber die Firma widerspiegelt und, und, und. Vielleicht ist es mal nur ein Bild, aber für Ihre Dokumente wollen Sie zum Beispiel Ihren Firmennamen als Teil des Logos haben. Und das ist, das Ganze ist eine komplette Bilddatei. Ja, dann haben Sie hier also auch die Möglichkeit, ein anderes Bild hochzuladen, als das, was Sie im Shop verwenden. Ja, wenn Sie irgendwann sagen, ja, das gefällt mir jetzt immer nicht mehr so gut mit dem Dokument hier, dann können Sie auch jederzeit sagen, ich will die Datei jetzt wieder löschen und dann ist das Logo auch wieder weg und dann ist der Bereich hier leer. Ja, ne, und ich kann auch jederzeit sagen, ich will das Logo anzeigen, ich will das Logo nicht anzeigen. Genau, diese Option habe ich also. Wenn wir hier also sagen, ja, dann wird das, das hochgeladene Logo auf allen Bestelldokumenten angezeigt, wenn wir sagen, nein, wird es nicht angezeigt. Also ich kann auch zum Beispiel eins hochladen, ähm, und dann einfach sagen, nein, nicht anzeigen, ne, dann wird es logischerweise auch nicht angezeigt. Genau, so funktioniert das Ganze. Ja, diese Bereiche hier, wie gesagt, werden automatisch ausgefüllt, ähm, Rechnungsdatum wird halt entsprechend dem Datum entnommen, an dem Sie die Rechnung generieren, generieren tun wir das Ganze ja im Bereich Bestellung, ähm, und dann ist hier halt der Rechnungsinhalt, der verpflichtende Inhalt, ähm, automatisch für Sie da. Ein anderer verpflichtender Inhalt in einer Rechnung, ich bin jetzt auch kein Anwalt oder kein Rechtsspezialist für solche Dokumente, aber was ich ziemlich wörtlich sagen kann, ist natürlich, dass Sie einen entsprechenden Fußbereich haben, wo Ihr Name, Ihr Gerichtsstand drin, äh, sein muss, Handelsregistereintrag, Handelsregisternummer, Bankverbindung und so weiter und so fort. Das gehört also alles hier in diesen Fußzeilenbereich rein, den können wir natürlich für Sie jetzt nicht vorausfüllen, das müssen Sie dann selber hier ausfüllen, ne. Sie haben hier die Möglichkeit, ähm, Platzhalter zu benutzen. Ich empfehle aber, das an dieser Position nicht zu tun. Hier würde ich tatsächlich Ihre Firmeninformationen reinpacken, so wie Sie die zum Beispiel auch in den normalen Firmenbrief reintun, einfach linksbündig alles hier hintereinander wegschreiben, ähm, und gut, ja. Also da braucht man, äh, keine besonderen Formatierungen oder so, es ist einfach ein verpflichtender, äh, Text, der da drin zu stehen hat, ähm, vielleicht erlauben Sie per Vorabkasse irgendwas zu überweisen, dann braucht der Kunde natürlich eine Rechnung, wo Ihre Bankverbindung draufsteht. In der Regel kriegt der Kunde die dann ja direkt, äh, äh, zugesendet die Rechnung, damit er, ähm, dann diese Vorkassenzahlung leisten kann, ähm, das hier also der Ort, wo das hingehört und es auch, ähm, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen sein muss. Dieser Bereich hier ist völlig optional. Den können Sie nutzen, den können Sie nicht nutzen. Was wir hier reintun, ist einfach ein freier Text, den wir verfassen können, ja. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir freuen uns hier, Ihnen die Rechnung zu übermitteln. Was auch immer Sie hier, ähm, platzieren wollen, können Sie gerne tun. Das ist komplett optional. Aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, die meisten Verbraucher, die bei Ihnen im Shop bestellen, äh, die, natürlich brauchen die die Rechnung, aber tatsächlich dieses Dokument, dieses PDF-Dokument am Ende, wenn Sie es zum Beispiel an eine Ihrer Mails mit dranhängen, wer öffnet das schon? Also, das öffnet man mal, um die Summen zu überprüfen, aber ob da jetzt ein freier Text steht oder nicht, ist, glaube ich, ziemlich irrelevant für die meisten Verbraucher, aber es ist natürlich in manchen Zusammenhängen einfach netter, wenn wir hier die Möglichkeit haben, einen Text zu schreiben. Und hier werden jetzt auch diese Platzhalter interessant. Hier können wir nämlich unseren Text aus quasi bestimmten Bausteinen formulieren, den wir natürlich nicht jedes Mal manuell in diese Dokumente reinschreiben wollen, bevor wir sie rausschicken, ja. Sondern wir können immer sagen, dass wir zunächst mal den Kunden ansprechen wollen, zum Beispiel mit, ähm, Vor- und Nachname, Hans Müller, Gabi Schneider, ja. Ähm, oder nur mit Nachname oder nur mit Vorname. Ich persönlich würde im heutigen Zeitalter immer empfehlen, einfach nur Vorname, Nachname zu wählen. Sie sehen hier, wir haben zum Beispiel gar keinen Platzhalter mehr für Anrede. Ähm, ich habe heute Morgen gerade gelesen, vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sowas noch benutzt im Shop. Ähm, die Bahn ist gerade per Gerichtsentschluss dazu verpflichtet worden, ähm, bi, also binäre Gendersprache in bestimmten Formularen nicht mehr zu verwenden. Also die Option zum Beispiel zu geben zwischen, man muss sich zwischen Herr und Frau entscheiden, ist jetzt also gerichtlich verboten. Man muss also hier mehr Optionen bieten. All das kann man umgehen, indem man einfach gar keine Anrede mehr benutzt, ne. Mancher will mit Titel angesprochen werden oder nicht. Ansprüche darauf gibt es nicht wirklich. Das sind alles eher, äh, ja, gesellschaftliche Regeln, von denen wir hier reden. Machen Sie sich das einfach, nehmen Sie einfach Vorname, Nachname, ja. Nicht Lieber oder Liebe oder irgendwie sowas, sondern einfach Vorname, Nachname, ja. Ähm, das ist, glaube ich, glaube ich, das Einfachste. Ähm, das können Sie hier zum Beispiel dann einfach benutzen, entweder in dieser Kombination oder nur Vorname oder nur Nachname. Vielleicht sprechen Sie auch alle Ihre Kunden mit Du an und dann kann man hier einfach Vorname nehmen, ne. Hallo, Peter. Hier deine, ähm, Information. Ja. Der Gesamtbetrag deiner Bestellung, das Steuermodeln, der Bestellung und so weiter und so fort. Wie sieht das aus, wenn wir sowas also machen? Ich mache jetzt hier Hallo. Und dann klicke ich hier auf Vorname. Dann erscheint hier dieser, dieser, diese Textpassage mit diesem, ähm, Hash-Symbol davor. Ähm, gehen wir alle von Hash-Tags, ne. Also mit das Hash-Symbol davor. Ähm, und dann steht hier Billing-Adress.firstname. Äh, firstname. Das heißt, wenn wir hier diesen Platzhalter verwenden, was verwendet der tatsächlich für Daten, die wir haben? Er verwendet hier das, was der Kunde während der Bestellung bei seiner Rechnungsadresse, nicht bei der Lieferadresse, bei der Rechnungsadresse als Vorname eingegeben hat. Ja. Du hast für lineitemcontainer.grandtotal, Ecke, Klammer auf, money, Ecke, Klammer zu. Das heißt, hier steht jetzt, Hallo Peter, du hast für folgenden Gesamtbetrag. Und dann können wir hier noch hingehen und sagen, jetzt fügen wir hier noch, ähm, zu der Bestellung Stellnummer. Um, um, Bestelldatum, nein, ja. Und schon haben wir hier einen kleinen freundlichen Text formuliert, der den Kunden persönlich anspricht, was immer ganz schön ist, ne. Ähm, und der aus dynamisch generierten Informationen bestellt, je nachdem, was der Kunde bei der Bestellung auch tatsächlich angegeben hat oder wann er tatsächlich bestellt hat oder zu welcher Bestellung das Ganze gehört. Ich sehe hier schon die ersten Fragen, gehe ich gerne mal drauf ein, weil sie gerade zu dem Bereich passen. Kann ich einen QR-Code mit meiner Bankverbindung in die Rechnung Bestellbestätigung einfügen? Nein, können wir nicht. Ähm, Sie haben hier keine Möglichkeit, in die Rechnung Bilder, ähm, einzufügen, außer vielleicht übers Logo. Also, der einzige Ort, wo wir so einen QR-Code, wenn wir den als Bilddatei vorliegen haben, wäre den als Logo zu benutzen. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, ähm, dass wir hier diese Möglichkeit haben, hier einfach ein Bild hochzuladen. Ja, ähm, die Möglichkeit besteht. Ansonsten, nein. Kleinunternehmer brauchen keine Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer auszuweisen, können wir die Mehrwertsteuer auch aus der Rechnung rausbekommen. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, ähm, den, den Shop hier im Bereich Steuern direkt als, als Kleinunternehmer-Shop, ähm, aufzuführen. Und, und dann wird auch entsprechend nur die, äh, vorgeschriebenen Elemente in der Rechnung verwendet. Dann steht hier logischerweise nicht zuzüglich Mehrwertsteuer, wenn es nicht zuzüglich Mehrwertsteuer ist. Oder auch nicht bei einem reinen Netto-Shop, ja. Ähm, da will ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen, aber wenn wir hier mal auf Steuern, ähm, Steuern klicken. Und dann gibt es hier, ähm, zum Beispiel, dass die Preisangaben im Shop keine Umsatzsteuer ausweisen. Weil Umsatzsteuer befreit nach Paraph 19 Umsatzsteuergesetz, ja. Also die Möglichkeit haben wir hier. Okay, zurück zu den Bestelldokumenten. Genau. So viel gibt es hier allerdings auch nicht zu sagen, ja. Ähm, wir können hier Bereiche einfärben, würde ich in der Regel nicht machen, also hier also irgendeine Farbe zu machen oder so. Ähm, wir können hier auch einen Link reinmachen, würde ich auch nicht machen. In der Regel ist hier ein Rechnung ein Dokument, auf das man jetzt nicht unbedingt klickt, ne. Ähm, also das liegt einfach daran, dass hier die Steuerelemente für den Textbereich die gleichen sind wie bei jedem anderen Textfeld. Woanders macht das vielleicht Sinn. Hier macht das halt wenig Sinn. Also, wie gesagt, hier einfach einen kleinen Text rein und hier in den Fußbereich einfach Ihre entsprechenden, ähm, Geschäftsbriefdaten rein. Handelsregister, Eintrag, bla bla bla, Bankverbindung, ne. Ähm, alles was da so rein muss. Ähm, und dann haben wir unsere Rechnung entsprechend vorbereitet. Das gleiche, dann machen wir noch einmal mit dem Lieferschein, da können wir natürlich einfach die Bereiche kopieren und mit der Rechnungskorrektur. Genau. Wie verschicken wir jetzt die Rechnung an den Kunden? Zum einen haben wir hier natürlich die Möglichkeit, wenn wir uns unsere Bestellung anzeigen lassen und hier in eine, in eine Testbestellung mal reingehen. dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt die Dokumente erstellen. Dokumente erstellen, Rechnung und Lieferschein, zack, erstellen, dann wurden die erstellt, dann finden wir unter dem Reiter der Dokumente, finden wir jetzt die Dokumente und jetzt können wir uns hier die Rechnung angucken mit den Inhalten. Wir können hier bis zu einem bestimmten Punkt im Ablauf der Rechnung, also zum Beispiel wenn sie noch nicht archiviert ist, können wir auch noch Änderungen vornehmen, falls der Kunde anruft und sagt, ah halt stopp, ich habe hier zu viel davon oder zu wenig davon bestellt, und wir können auch jetzt direkt die Rechnung als PDF-Datei senden, einfach hier draufklicken und sagen, an wen wollen wir die denn jetzt schicken und dann können wir die direkt versenden oder wir können sie auch als PDF-Datei herunterladen und dann sehen wir hier, dann sieht das so aus und hier sehen wir jetzt am Beispiel dieses PDFs auch schon, hallo Event, du hast für 9,90 Euro bei uns bestellt, hier die Rechnung zu der Bestellnummer 1038 vom 21.03.2022, ja, Rechnungsdatum, Auslieferungsdatum, Rechnungsnummer, Auftragsnummer, Kundennummer, alles ist hier also entsprechend ausgefüllt. Und das sind die Bestellungen hier der Vornameweiz-Event, aber weil es einfach nur ein Test ist. Aber man kann sich hier vorstellen, wie das dann aussieht in der richtigen Rechnung. Sie haben also auch die Möglichkeit, mit diesen Platzhaltern mal ein bisschen rumzuspielen und können jederzeit überprüfen, wie würde das denn aussehen, einfach mal eine eigene Testbestellung im Shop aufgeben und dann einfach mal gucken, wie sieht die dann aus. Die passt sich auch dann immer entsprechend dynamisch den Sachen an, die sie unter den Bestelldokumenten angegeben haben. Das ist also die eine Möglichkeit, die wir haben. Ja, so viel schon eigentlich zum Thema Bestelldokumente. Also Logo hochladen, ja, nein. Firmenname, Shopname, darauf achten, wenn es das gleiche ist, nur Shopname ausfüllen, Firmenname weglassen, steht hier trotzdem. Ob es dann der Firmenname oder Shopname ist, ist es in dem Moment ja zweitrangig. Hier einen kleinen freundlichen Text hinschreiben. Das wird automatisch generiert. Fußzeilentext, Geschäftsbriefinhalt. Mir ist noch nicht klar, schreibt hier jemand, was in den unteren Bereich muss. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsberater oder Anwalt, aber wenn Sie einen Geschäftsbrief aufsetzen, dann gibt es bestimmte Pflichtangaben, die in diesen Geschäftsbriefen drin zu sein haben als Unternehmen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel Ihre eigene Umsatzsteuer-ID, Handelsregister eintragt, Stand des Amtsgerichts, Bankverbindung und so weiter. Einfach mal googeln, was gehört in die Fußzeile eines Geschäftsbriefes. Ja, das können Sie einfach googeln und dann finden Sie mit Sicherheit irgendeine Rechtsseite, die Ihnen das sagt, was hier reingehört. Ja, aber da am Ende natürlich diese Rechnung ein Geschäftsbrief im Grunde ist, muss das hier halt drin sein. Bei meinen Rechnungen hängt immer ein Text zum Widerruf und ein PDF zu den Geschäftsbedingungen dran. Wie bekomme ich das weg? Das bekommen Sie gar nicht weg, weil das verpflichtend ist, dass man das dem Kunden immer zukommen lässt. Andere Frage, weshalb werden keine Logos bei der Blockauslieferung in den Dokumenten angezeigt? Bei der Einzelgenerierung schon, ach, bei der Blockauslieferung. Okay, Sie haben nämlich die Möglichkeit, auch Bestelldokumente zu erstellen, hier, indem wir, eine Stapelverarbeitung nennt man das, ne? Indem wir gleich vier Stück sagen und sagen hier, ja, ich will jetzt für die alle Dokumente erstellen, alle Rechnungen im Lieferschein. Die Rechnung unterscheidet sich tatsächlich visuell minimal von dem, was ich gerade gezeigt habe, nämlich zum Beispiel sowas wie, das Logo wird dann nicht angezeigt. Der Sinn ist der, dass wir diese zusätzliche Stapelverarbeitung als Funktion eingebaut haben, die aus unserer Sicht zumindest als Hersteller und als Entwickler der Software in einem sehr kleinen Nischenbereich operiert. Also entweder bin ich ein Shop, der, sagen wir mal, zwei bis drei Bestellungen Maximum am Tag hat. Dann sollte es zeitlich durchaus zumutbar sein, einzeln in die Bestellung reinzugehen, das Bestelldokument regulär zu erstellen. Vielleicht sind Sie in dem Bereich, der drei bis sieben oder acht Bestellungen am Tag hat. Und dann ist es bestimmt praktisch, wenn ich diese Stapelverarbeitung nutzen kann und das herausschicken kann. Das ist dann aber einfach auf Kosten einer leicht anderen Darstellung, weil was wir empfehlen und was wir für die richtigen Weg halten, ist, wenn Sie zum Beispiel zehn oder 15 Bestellungen am Tag haben, ja, was natürlich schon eine große Menge ist, das gar nicht mehr direkt in der Software zu machen. Dafür haben wir halt einen App Store, das muss man immer fairerweise sagen, das ist auch Sinn und Zweck von so einem App Store, wo wir zum Beispiel für den Bereich Bestandsverwaltung Bilbi anbieten oder auch Easybill gibt es hier irgendwo, die sehr, sehr ähnlich sind. Genau hier unter Buchhaltung und Berichtswesen haben Sie, wie so mein Büro, haben Sie hier LexOffice, Orgamax, Easybill. Alle Sachen, wo dann sowieso alle Bestellungen rausgeneriert werden aus der Software und dann in diesem Programm bearbeitet werden und die ganze Rechnungserstellung und so weiter da stattfindet. Also diese Stapelverarbeitung von mehreren Bestellungen gleichzeitig ist quasi, ich nenne es tatsächlich mal so eine Übergangslösung zwischen ich bearbeite jede Bestellung einzeln oder ich nutze gleich ein vernünftiges Programm, was mir das sehr übersichtlich macht mit dem Datev-Export und so, weil meine Bestellmengen einfach so hoch sind. Wir haben es trotzdem eingebaut. Wir sind uns dessen bewusst, dass es da noch Unterschiede gibt. Das werden wir auch langfristig hoffentlich beheben und das angleichen. Aber es war tatsächlich einfach auf vielfachen Wunsch von Nutzern etwas, was wir zunächst mal jetzt überhaupt realisieren wollten. Da ist natürlich noch Luft nach oben und Sie haben völlig recht, die Dokumente sollten schon identisch aussehen. Okay, da werden wir uns aber auch auf jeden Fall in Zukunft noch drum kümmern, dass das passiert. Okay. Okay, dann sind wir auf Stand mit den Fragen. Dann gehen wir hier weiter zum nächsten Thema und das ist E-Mail-Ereignisse. E-Mail-Ereignisse sind hier unterteilt in folgende Bereiche. Registrierung und Benutzerdaten, Bestellstatus und Sonstige. Standardmäßig sind hier nur relativ wenige aktiviert, wenn Sie die Software starten. Neuregistrierung, klar, Kennwortänderungen, die sind immer aktiviert. Die müssen auch immer aktiviert sein. Das ist halt für die Kunden, die sich ein Kundenkonto in ihrem Shop anlegen. Die müssen natürlich ein sogenanntes Double-Opt-In-Verfahren machen. Die kriegen dann nochmal eine Mail geschickt. Ja, haben Sie sich wirklich gerade bei uns im Shop registriert? Wenn ja, hier klicken. Und dann erst ist die Registrierung aktiv. Und wenn der Kunde natürlich sein Kennwort vergessen hat, dann kann er hier mit der Kennwortänderung ein neues Kennwort erstellen. Und standardmäßig immer aktiviert ist die Eingangsbestätigung. Da das hier ein Demoshop ist, können wir hier sowas bestellen wie Bestellung nicht möglich oder Ihre Bestellung wurde abgelehnt. Weil Sie haben in einem Demoshop bestellt. Deswegen gehe ich hier mal in ein anderes Ereignis rein. Vielleicht, was hier noch nicht angepasst wurde, versendet. Da das hier ein reiner Vorführshop ist, wird hier keine Ware versendet. Und wir können uns hier mal angucken, wie so eine E-Mail aufgebaut ist. Die sind auch alle immer gleich aufgebaut. Also da gibt es keine Unterschiede. Das heißt, es sollte eigentlich ausreichen, wenn wir uns hier eins der Beispiele angucken. Okay, ich habe hier die Möglichkeit, das E-Mail-Ereignis zu aktivieren oder nicht zu aktivieren. Was bedeutet das, wenn wir es aktivieren? Das bedeutet, wenn unsere Bestellung sich auf den Status versendet, umändert, wird automatisch diese E-Mail herausgeschickt. Das sind also E-Mail-Ereignisse, sind E-Mails, die automatisch verschickt werden in dem Moment, wo sich der Bestellstatus ändert. Dafür sind die hauptsächlich da. Also, wenn ich sage, in dem Moment, wo ich die Ware versendet habe, geht die E-Mail raus an den Kunden und informiert ihn, dann sage ich hier ja. Von Absenderadresse kann ich hier also bearbeiten. Wenn ich hier draufgehe, kann ich auch noch sagen, okay, ich kann auch noch einen Namen hinterlegen oder ich kann den Namen wegmachen, wenn ich den Namen hier nicht will, sondern einfach nur eine E-Mail-Adresse. Und ich kann sagen, falls ich hier jetzt zum Beispiel sage, oh, das ist bestellservice.meinshop.de oder so. Also, falls ich eine gesonderte E-Mail-Adresse für sowas verwenden möchte, dann kann ich die hier einmal eingeben und kann dann sagen, hier, diese E-Mail-Adresse bitte für alle übernehmen, damit ich das nicht in jedem E-Mail-Ereignis manuell machen muss. Und dann ändert sich das hier. An ist natürlich immer die E-Mail-Adresse des Benutzers. Also, wenn der Benutzer bei Ihnen im Shop bestellt, gibt er ja eine E-Mail-Adresse an, an diese E-Mail-Adresse geht das dann rein, raus. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich eine Kopie oder eine Blindkopie zukommen zu lassen, sodass Sie selber auch eine Kopie dieser E-Mail haben. Das macht zum Beispiel auf jeden Fall Sinn, um Ihre Rechnungen alle an einen Ort zu sammeln. Vielleicht haben Sie eine separate E-Mail-Adresse für sich angelegt, die heißt buchhaltung-at-meinshop.de oder so. Und dann schicken Sie in Blindkopie alle E-Mails, wo die Rechnung drin ist, immer auch an sich selbst. Dann haben Sie die nämlich auch. Und dann kann man die schön da einmal bearbeiten und dann brauchen Sie nicht immer manuell in Bestellungen gehen und Rechnungen da rausdrucken oder so. Sondern Sie haben dann die Möglichkeit, sich selber als Blindkopie, das immer zuzuschicken für die, die es nicht wissen. Okay, ist mal ganz gut. Der Unterschied zwischen Kopie und Blindkopie ist eine Kopie, dann sieht der Benutzer, an den Sie diese Mail schicken, also der Kunde, der bei Ihnen bestellt hat, sieht dann, dass eine Kopie dieser Mail irgendwo hingegangen ist. Bei Blindkopie sieht der Empfänger nicht, dass die E-Mail noch irgendwo anders hingegangen ist. Deswegen würde ich das immer als Blindkopie machen. Sonst schickt er Ihnen plötzlich auf Ihre Buchhaltungs-E-Mail irgendwelche Mails und das wollen Sie ja nicht. Sie können auch jederzeit hier eine Test-E-Mail senden, um einfach mal zu gucken, wie so eine Mail aussieht. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit zu sagen, Logo anzeigen ja oder nein. Hier wird allerdings automatisch, hier haben wir keine Möglichkeit, ein anderes Bild hochzuladen. Hier wird automatisch das Logo verwendet, was Sie auch in Ihrem Shop verwenden. Auch hier haben wir wieder graue Bereiche, nämlich Auftragsdatum, Rechnungsadresse, Status, Bestellübersicht. Auch hier haben wir wieder einen Fußbereich, auch der und im Grunde ist auch eine E-Mail, ein Geschäftsbrief, sollte wieder all diese Daten enthalten. Also auch hier wieder Gerichtsstand, Bankverbindungen, bla bla bla, alles rein. Und hier oben können wir auch wieder einen freien Text schreiben, wenn wir wollen. Wie gesagt, der obere Bereich, ich halte den halt für sehr optional, weil diese E-Mails, klar, die müssen versendet werden. Wenn ich selber online einkaufe und ich tue das sehr intensiv und sehr, sehr häufig und bekomme zum Beispiel meine Bestellbestätigung oder speziell meine Versandbestätigung. Das Einzige, wo ich gucke, ist da ein Tracking-Code drin? Ja, nein, wenn ein Tracking-Code drin ist, prima. Alles andere interessiert mich eigentlich an diesem Brief nicht, ob da jetzt steht, hallo lieber Kunde, wir freuen uns, dass du bei uns bestellt hast. Ich nehme es unbewusst wahr, weil ich es angenehm finde, dass das da steht, aber es ist nicht essentiell wichtig. Deswegen ist dieser Textbereich auch hier wieder komplett optional. Ja, kann man benutzen, kann man nicht. Wenn Sie hier auch Platzhalter einfügen wollen, haben Sie quasi die gleichen Möglichkeiten, wie vorher, haben wir ausprobiert, haben wir erklärt. Und alles gut, ja, so generieren wir hier also die verschiedenen E-Mail-Ereignisse. Sie müssen sich also bei jedem E-Mail-Ereignis, was Sie tatsächlich aktivieren wollen, überlegen, brauche ich das, brauche ich das nicht? Und dann entsprechend bearbeiten die die E-Mail. Ja, in ganz vielen Fällen ist es einfach Copy-Paste von der einen, die Sie einmal erstellt haben. Was gibt es hier noch für E-Mail-Ereignisse? Es gibt hier spezielle Ereignisse für PayPal, nämlich Zahlung abgelehnt, Rechnung bestätigt, Rechnung abgelehnt. Das sind spezielle Ereignisse, die wir eingeführt haben, weil PayPal ja zum Beispiel so automatisierte Bonitätsprüfungen macht, wenn immer jemand versucht, ein PayPal zu bezahlen, zum Beispiel auch PayPal Plus oder jetzt PayPal Checkout und dann Rechnung wählt. Und das lehnt halt sehr, sehr häufig tatsächlich PayPal aus irgendwelchen Gründen ab, was immer so eine Instant-Bonitätsprüfung ist. Und dann muss man dem Kunden das ja irgendwie mitteilen und Ihnen auch irgendwie mitteilen, dass PayPal diese Zahlung abgelehnt hat. Ja, ist leider so. Das sind die Sachen, die über PayPal direkt laufen, die da oft ein bisschen schwierig sind. E-Mail-Benachrichtigungen, das sind die Dinge, die Sie als Administrator Ihres Shops ausschließlich bekommen. Und das sind Informationen, wie ein Produkt ist ausverkauft, ein Produkt hat den Mindestlagerbestand erreicht oder Sie haben Ihre EU-Auslandsverkäufe, die Schwelle überschritten von insgesamt in alle EU-Ausländer von, ich glaube, 10.000 Euro. E-Mail-Anhänge. Hier können Sie festlegen, an welche E-Mails dann die Rechnung als PDF automatisch mitgeschickt wird. Und dazu muss natürlich die Rechnung zunächst mal erstellt worden sein. Das können Sie, wie gesagt, entweder über die Stapelaktion Dokumente erstellen machen oder bei jeder Bestellung einzeln. Und dann müssen Sie das entsprechende E-Mail-Ereignis aktivieren, sonst können Sie hier den Haken nicht setzen. Hier haben wir also zum Beispiel von dieser Auswahl, die es hier gibt, nur in Rechnung gestellt, aktiv aktuell. Also können wir auch nur hier die Rechnung anhaken. Dieses E-Mail-Ereignis ist nicht aktiviert, also können wir auch nicht sagen, hier hängen wir die Rechnung an. Und dann wird halt automatisch die Rechnung und, wie vorhin schon erwähnt wurde, Widerrufsrecht AGB hängt immer automatisch an bestimmten E-Mails mit dran, weil es einfach gesetzlich verpflichtend ist. Das machen wir automatisch. Aber die Rechnung ist halt nicht bei jeder E-Mail, die rausgeht, verpflichtend. Und da können Sie sich halt aussuchen, wo das umgehängt wird. Hier sehen Sie die Sache mit den rechtlichen Dokumenten. Also wenn die eine Dame fragt, glaube ich, wo kann ich das abstellen, dass das nicht mitgeschickt wird, hier könnten Sie das abstellen. Aber wie gesagt, rechtlich verpflichtend ist es, glaube ich, entweder bei einer Eingangsbestätigung oder bei einer Bestellbestätigung, falls Sie eher eine Bestellbestätigung machen. Das könnte man zum Beispiel hier mit dem Bestellstatus gesehen oder so erreichen. Also irgendwo müssen Sie AGB und Widerrufsrecht mitschicken. Auch da bitte sich rechtskundig machen, was hier die entsprechenden Auflagen sind. Aber mindestens eine dieser E-Mails muss diese Sachen enthalten. Aber hier können Sie zum Beispiel sagen, ja, ich will es aber bei einer Rechnungbestätigung nicht nochmal mitschicken. Dann können Sie hier die Raten rausnehmen. Also wir finden hier die rechtlichen Dokumente AGB, Widerrufsrecht, Datenschutzerklärung, Zahlung und Versand, Cookie-Richtlinie. Auch die Datenschutzerklärung können wir nochmal jemandem per E-Mail schicken, wenn wir da Spaß dran haben. Oder vielleicht unsere Zahlungsbedingungen bei Rechnungszahlung oder so. Also wenn wir nur Rechnungszahlung im Shop haben. Und hier haben wir den Bereich separat für Rechnung. Also hier alle rechtlichen Dokumente und hier nur Rechnungen. So. Jetzt haben wir wieder Fragen. Wenn jemand eine andere Lieferadresse als die Rechnungsadresse angibt, vermisse ich den Hinweis dazu auf der Rechnung. Okay, also Sie möchten gerne, dass in der Rechnung drin steht, hier ist die Rechnung an die Rechnungsadresse, die Sie unter Rechnungsadresse eingegeben haben, weil Rechnungsadresse muss man ja immer abgeben. Aber alternativ liefern wir an Adresse XYZ. Lassen Sie mich mal überlegen. Und das wollen Sie in der E-Mail vermutlich drin haben. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht bauen könnten mit Platzhaltern. Wir sehen hier, Adressdaten haben wir hier nicht, sondern die werden automatisch generiert. Also das können wir tatsächlich leider, leider kann man das nicht manuell irgendwie einbauen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das nötig ist. Ich meine, wenn jemand eine abweichende Lieferanschrift angegeben hat, dann, ich überlege gerade, ich glaube, das ist dann aber, ich glaube, das ist trotzdem Teil der Bestellung. Ich glaube, das wird schon irgendwo aufgelistet. Weil in der Bestellung sind diese Daten ja drin, wenn wir uns die Bestellung hier mal anzeigen lassen. Da gibt es dann schon einen Unterschied zwischen Rechnungsadresse und Lieferadresse, wie wir hier sehen. Ich bin jetzt nicht sicher. Wir gucken hier mal Dokumente erstellen. Lieferschein und Rechnung. Zack. Haben wir erstellt. Dokumente. Ja. Jetzt haben wir hier die Rechnung. Jetzt gucken wir uns die als PDF an. Ja, es ist tatsächlich nur die Rechnungsadresse hier drauf, nicht die Lieferadresse. Okay. Guter Hinweis, nehme ich auf jeden Fall mal mit, ist vielleicht hilfreich, das zumindest als Platzhalter vielleicht einfügen zu können, wenn es eine abweichende Lieferanschrift gibt. Ist ein guter Hinweis. Wenn ein Kunde die Bestellung storniert, soll man dann Bestellung abgelehnt wählen. Also welchen Bestellstatus Sie dann wählen, ist Ihnen überlassen. Es gibt ja hier die Möglichkeit, klar zu sagen, abgelehnt, den können Sie dafür nutzen. Sie können zurückgeschickt dafür nutzen. Ja. Vielleicht nutzen Sie gar keinen Status, sondern stornieren es halt einfach, indem Sie eine Rechnungskorrektur erstellen. Die Möglichkeit haben Sie ja auch und archivieren danach einfach. Aber für sich selbst vielleicht als Händler, als Gedankenstützer macht es vielleicht schon Sinn, da abgelehnt zu wählen. Aber das ist Ihnen überlassen. Da gibt es also keine Verpflichtung, einen bestimmten Status zu wählen. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Meine Bestellungen landen immer im Spam-Ordner bei web.de. Beim Kunden, also wenn Ihre Bestellungsformulare, Ihre Mails rausgehen an den Kunden, landen die beim Kunden im Spam-Ordner. Ist das die Frage? Falls das die Frage ist, dann gucken Sie mal, von welcher E-Mail-Adresse oder was Sie als E-Mail-Adresse als Absender angeben. Wenn Sie zum Beispiel als Absende-E-Mail-Adresse eine GMX-Adresse wählen, da gibt es sehr viele E-Mail-Anbieter, sagen wir mal web.de, weil Sie das als Beispiel genannt haben, die filtern automatisch alles, was von GMX geschickt wird, raus und schmeißen das in Spam. Da können wir leider nichts dran ändern. Deswegen meine Empfehlung immer, wenn Sie www.meinshop.de haben, dann sollte Ihre versendende E-Mail immer info.at oder rechnung.at meinshop.de sein und nicht meinshop.at gmx.de. Das ist eher für private Sachen und wenn so automatisch generierte E-Mails von G und X verschickt werden, dann denkt web.de, das ist tatsächlich auch eine Spam-Mail, weil natürlich viele Spam-Mails über solche kostenlosen E-Mail-Provider generiert und verschickt werden automatisch. Und das ist einfach eine Spam-Sperre, die web.de zum Beispiel hat oder die Gmail zum Beispiel hat, gegen GMX-E-Mail-Adressen. Dann liegt das an Ihrer versendenden E-Mail-Adresse. Wie funktioniert der LexOffice Connector 2.0? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, dass wir aktuell eine Anleitung oder Video dazu haben, aber guter Hinweis, vielleicht können wir das mal in einem zukünftigen Webinar uns mal Sound-Connector angucken. Ich warne immer gleich vor, dass es immer relativ schwierig ist, sowas live zu zeigen, weil uns teilweise die Partner auch nicht vollwertige Test-Accounts zur Verfügung stellen, wo man alles mit ausprobieren und machen kann. Und wenn, dann müsste LexOffice dazu eine Anleitung machen, ja? Wo kann man noch einmal Herr und Frau und Anrede wegnehmen? Anrede gibt es gar nicht. Also wir verwenden Anrede gar nicht im Shop. Also soweit ich weiß, haben wir gar kein Feld mehr, was Anrede heißt, außer sie erstellen automatisch eins. Und zwar, ich glaube, es gibt das auch gar nicht mehr. Doch, Anrede haben wir hier noch. Aber Anrede bei uns ist einfach ein leeres Feld, wo jemand reinschreiben kann, was er will. Also es gibt hier das Feld Anrede, das finden Sie unter Bestellprozess, und dann können Sie sagen, ich frage das ab bei Rechnungsadresse, Lieferadresse. Also guter Hinweis. Ich würde es immer wegnehmen, weil es einfach heutzutage problematisch ist. Aber dieser Gerichtsentschluss, von dem ich gerade erzählt habe, der behandelt vor allem diese Dropdown-Felder, wo man dann Herr oder Frau wählen muss. Das haben wir aber schon lange nicht mehr, sondern bei uns, wenn Sie jetzt was bestellen, ich gehe hier mal rein in den Shop und sage, ich möchte mal hier in dem Modeshop ein Glas Marmelade bestellen. Da kann ich das kurz einmal demonstrieren. So einmal Marmelade in den Warenkorb. Jetzt gehen wir hier auch in den Warenkorb rein und jetzt gehen wir zur Kasse und dann sage ich, als Gast, dann haben wir hier Anrede, das ist aber einfach ein freies Feld, wo jeder reinschreiben kann, was er will. Ich würde es definitiv nicht als Pflichtfeld machen. Und das können Sie hier ändern. Anrede, erforderlich, ein. Wenn das jemand ausfüllen möchte, okay, aber es ist nicht erforderlich. Ich würde es ganz weg lassen, um ehrlich zu sein. Wo stelle ich denn die versendende E-Mail-Adresse ein? Das hatten wir gerade, E-Mail-Ereignisse. Ich zeige es gerne nochmal. Sie gehen auf hier ein beliebiger E-Mail drauf und dann sehen Sie hier von, das ist die versendende E-Mail-Adresse und dann klicken Sie auf Bearbeiten. Da können Sie die ändern und mit diesem Haken ändern Sie die für alle E-Mail-Ereignisse gleichzeitig. Kann man im Bestellprozess die Hausnummer einzeln als verpflichtend einstellen? Oft füllen meine Kunden das Bestellformular automatisch aus und dann fehlt die Hausnummer. Nein, kann man nicht. Das ist tatsächlich 50-50. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir ein separates Feld mit Hausnummer hätten, gäbe es genauso viele Fehler, als wenn es ein Feld ist. Leider eine Frage, die tatsächlich auch sehr oft kommt, weil es eine 50-50-Sache ist. Wir haben uns entschieden für ein gemeinsames Feld, Straßen mit Hausnummer. Wenn Sie sagen zum Beispiel, ganz viele Leute heutzutage auf dem Handy und aber auch auf dem Desktop nutzen Auto ausfüllen. Das bedeutet, ich fange nur an meinen Namen zu schreiben und zum Beispiel mein Chrome-Browser füllt das Dokument automatisch aus. Der füllt immer Straße mit Hausnummer als einen Eintrag aus. Und jetzt wohnt jemand in der Müllerstraße 1 und geht auf Autofill. Dann ist das Feld leer. Er versucht das abzuspeichern. Wir meckern, weil das Hausnummerfeld leer ist. Und er trägt dann eine 1 ein und macht weiter. Am Ende kriegen Sie aber, er wohnt in Müllerstraße 1-1 und denken, das wäre Hausnummer 11. Passieren genauso viele Fehler, speziell auch bei der Übertragung an DHL und so weiter und so fort, als wenn wir es als Einfeld machen. Und wir haben uns einfach für eine der beiden Varianten entschieden, die laut irgendwelchen Untersuchungen, die wir da auch studiert haben extra für und so, ein bisschen weniger fehleranfällig ist für die moderne Zeit, in der wir leben. Weil dieses Autorausfüllen immer Straße mit Hausnummer ist. Und die Fehler passieren halt dann häufig bei Autorausfüllen, wenn es ein separates Hausnummerfeld gibt. Ich kann verstehen, dass die Frage immer kommt. Man denkt immer, es fehlt so oft die Hausnummer. Aber wie gesagt, es würde so oft eine falsche Hausnummer sein. Also wenn eine Hausnummer fehlt, dann haben Sie halt den Vorteil, Sie können den Kunden fragen oder müssen dann den Kunden natürlich fragen, was ist deine Hausnummer und schicken dann los. Und dann kommt es richtig an. Wenn die Hausnummer aber falsch ist, schicken Sie los an eine falsche Hausnummer und irgendwann beschwert sich der Kunde, weil das Paket nicht da ist und plötzlich haben Sie eine Retour von DHL auf der Türschwelle und zahlen nochmal Versandkosten, weil Sie einfach eine falsche Hausnummer angegeben haben. Deswegen auch ein Grund mit, warum wir gesagt haben, also lieber fehlt die Hausnummer, als dass sie falsch ist, weil Autofill das falsch ausgeführt hat. Kann man eigene, individuelle Dokumente für Werbezwecke erstellen, um den Kundenbestand anzuschreiben? Also grundsätzlich dürfen Sie Ihren Kunden nur dann E-Mails schicken, wenn es dazu dringende Gründe gibt. Wenn Sie zu Werbezwecken dem Kunden E-Mail schreiben wollen, dann nennt sich sowas Newsletter und da haben wir ganz viele Apps immer zur Auswahl, wo Sie Newsletter-Adressen sammeln können von Ihren Kunden, die dann freiwillig sich gerne bewerben lassen. Sowas macht man über Newsletter. Bei der Versandbestätigung kann die Tracking-Nummer nicht automatisiert eingegeben werden. Das heißt, dieses E-Mail-Ereignis ist nicht sehr nützlich. Wie ist das zu lösen? Wenn Sie eine Tracking-Nummer automatisch in diesen E-Mails drin haben wollen, auch dann ist hier die Lösung tatsächlich, das nicht direkt in der Software zu machen. Sie haben die Möglichkeit hier bei Versand, entweder über SendCloud oder Packling Pro. Ich würde SendCloud empfehlen, über SendCloud zu gehen. Dann verschicken Sie gar nicht mehr diese Mail-Versand aus dem Shop heraus, sondern über SendCloud. SendCloud hat eine kostenlose Version, hat auch eine kostenpflichtige Version, je nachdem, ob man einen eigenen DHL-Vertrag mitbringt oder nicht und den dann entsprechend einpflegen muss in SendCloud. Aber wenn Sie zum Beispiel nur über DPD verschicken oder so, dann ist SendCloud, glaube ich, komplett kostenlos, zumindest in der Basis-Funktion zu nutzen. Und da ist dann so, dass automatisch die Tracking-Nummer generiert werden und da reinkommen. Also ganz oft ist tatsächlich die Lösung, das über ein externes Tool zu machen, wie zum Beispiel SendCloud, wenn Sie nur versandt wollen, aber auch wieder hier, kann ich auch wieder nennen, Bibi, Wieso mein Büro, Easy Bill, auch da haben wir die Möglichkeit, dann zum Beispiel Wieso mein Büro mit DHL zu koppeln und auch dort die Versand-Mails zu generieren. Die Sachen, die wir im Shop generieren können, müssen Sie betrachten immer als die Basisfunktion, die Sie unbedingt brauchen für einen Shop. Aber in dem Moment, wo natürlich Ihre Ansprüche höher werden oder so, da können wir es halt einfach nicht mehr für eine Software, die sich irgendwo im Bereich zwischen 10 und 50 Euro bewegt, leisten, alles hundertprozentig perfekt abzubilden. und das ist dann einfach eine Sache, wo wir dann halt Partner für haben, die das machen. Okay. Ich fahre nochmal durch. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage übersehen. Wenn ich noch irgendeine Frage übersehen habe, gerne nochmal kurz schreiben. Sieht aber gerade nicht so aus. Okay. Ja, damit wäre ich heute durch. Es ist tatsächlich auch eher ein Basis- und Anfängerthema heute mal gewesen, um uns das nochmal genau anzugucken. Aber ich finde es auch mal eine gute Gelegenheit, um die vielen Fragen, die viele von Ihnen natürlich in dem Bereich berechtigterweise haben, mal zu klären, mal unseren Standpunkt zu hören, warum wir was so oder so oder so umgesetzt haben. Ich glaube hier auch Kommunikation und Transparenz vom Entwickler der Software Ihnen als Kunden gegenüber ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal muss man eben sagen, sorry, wir würden das gerne machen, aber da haben wir einfach nicht die Ressourcen für. Und wir wollen halt den Preis der Software, die seit, ich glaube mittlerweile bei Strato, über 20 Jahre unverändert geblieben ist, stabil halten. Und das geht eben nur, wenn wir bestimmte Funktionen an Partner auslagern, die das ohnehin dann viel besser machen, als wir das direkt in der Software abbilden könnten. Das würde auch die Software sehr komplex machen und damit nicht mehr so einsteigerfreundlich. Und ich denke, wir haben hier einen gesunden Mittelweg gefunden zwischen sehr einsteigerfreundlichen Basisfunktionen, teilweise auch durchaus fortgeschrittene Funktionen, aber ein Teil davon auch einfach an Partner ausgelagert. Sandcloud fügt dann die Tracking-ID in die Versandbestätigungs-E-Mail ein, ganz genau. Wann gibt es Paypal Checkout bei Strato? Gibt's schon. Paypal Checkout sollte schon da sein. Ich bin ja hier in einem Strato-Shop. Ich komme auf Zahlung. Paypal Checkout. Gibt's schon. Oder? Ach, das sieht noch so aus. Sieht das noch so aus? Es kann sein, dass es mit dem nächsten Update erst komplett funktioniert. Ich weiß, dass wir einen großen Teil der Funktionalität schon eingefügt haben. Irgendwas auf Paypal-Seite hat aber noch nicht funktioniert. Es kann sein, dass es noch gesperrt ist. Ich will jetzt nicht lügen. Aber grundsätzlich sollte das vorhanden sein, spätestens mit dem nächsten Update. Also aktuell, das sehen Sie immer unter Hilfe. Vielleicht für diejenigen, für die das interessant ist, unter Hilfe sehen Sie immer, in welcher Version Sie gerade unterwegs sind. Hier ist das 771. Ich glaube, mit 772 oder 773 spätestens sollte das komplett funktionieren. Ja. Viel mehr Fragen zum Thema Paypal und so weiter. Haben Sie ja bitte Verständnis. Kann ich im Rahmen dieses Webinars jetzt nicht beantworten. Das würde auch einfach den Kontext zu dem, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen sprengen. Sie können einfach mal ePages Blog googeln. Wir haben einen Blogbeitrag zum Thema Checkout da gerade veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der auch im Strato-Blog verfügbar ist. Wir haben auf jeden Fall einen eigenen Blogbeitrag gerade zum Thema Paypal Checkout gemacht. Kann ich Ihnen also sehr empfehlen. ePages Blog einfach mal bei Google eingeben und dann finden Sie da einen Blogbeitrag, wo wir vieles erklären. Ansonsten auch immer mal ins Hilfe-Center gucken, im Shop direkt. Da werden auch viele Sachen erklärt, die sich mit diesen Zahlungsmethoden und so weiter auseinandersetzen. Alles klar. Wenn zum heutigen Thema dann keine Fragen mehr übrig sind, bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie Ende Juli wieder dabei sind bei einer neuen Serie von drei neuen spannenden Themen, die wir für Sie haben. Einmal wieder Live-Analyse von Teilnehmer-Shops und dann wieder ein allgemeines E-Commerce, ein bisschen fortgeschrittenes Thema. Etwas in der Art, wie wir es gestern gemacht haben und dann auch wieder eins, wo wir mal in der Software klicken. Ähnlich wie heute. Genau, wenn Sie Feedback haben, ganz am Ende kommt immer so eine kleine Umfrage, nehmen Sie da gerne teil, schreiben Sie mal rein. Ich würde gerne folgendes Thema mal sehen, wenn es für uns irgendwie machbar und demonstrierbar ist im Rahmen so eines Webinars, setzen wir Ihre Wünsche da auch gerne um. Ansonsten bleiben Sie gerne gesund, genießen Sie das gute Wetter, falls es bei Ihnen so ist und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.